Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten vom Betze, präsentiert von Kronbacher. Liebe Medienvertreter hier im Presseraum des Fritz-Walter-Stadions, liebe Fans und Zuschauer auf YouTube, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Vor unserem Auswärtsspiel am zweiten Spieltag, am Sonntag um 14 Uhr, bei Türkgücü München im Stadion an der Grünwalder Straße in München. Ich begrüße hier unseren Cheftrainer Boris Schommers. Vorab noch kurz die Information, bei diesem Spiel sind keine Zuschauer zugelassen, also lohnt es sich auch nicht für irgendjemand nach München zu fahren und es zu versuchen. Schiedsrichter der Partie steht noch nicht fest, den reichen wir dann auf den Online-Kanälen nach. Und dann kommen wir auch schon zum Wichtigsten, nämlich zum Sportlichen. Und Boris, wie sieht es denn im Kader aus für den Sonntag? Wer könnte die Reise nach München antreten, wer nicht? Ja, hallo auch von meiner Seite erstmal. Bezüglich Kader-Konstellation sieht es wie folgt aus, dass für Marius Kleinsorge leider das Wochenende zu früh kommt. Er wird noch keine Rolle spielen können. Bei Rösi ist es noch fraglich. Und ansonsten sind alle Spieler, die letzte Woche fit waren, auch diese Woche fit und dementsprechend einsatzfähig. Sehr schön. Dann kommen wir auch schon zu den Fragen der anwesenden Medienvertreter. Bitte kurzes Handzeichen. Oliver Sperg von der Rhein-Pfalz macht den Anfang. Mikrofon liegt auf dem Tisch. Nächstes nochmal zu den Personalien. Also Tim Rieder, der war ja auch noch verletzt. Ist er immer noch verletzt sozusagen? Oder hat sich da was geändert? Tim Rieder? Nein, Entschuldigung. Dann müsste ich schnell rüberlaufen. Und Michael Kulik wäre sehr bitter, weil er soll eigentlich spielen. Entschuldigung, ich habe immer das Problem, dass ich die Bayern verwechsel. Alex, Winkler und Tim Rieder. Tut mir leid, das ist mein persönliches Kopfproblem, dass ich Rieder und Winkler verwechsel. Winkler. Ich glaube, Alex wird es Ihnen nachsehen. Ich habe Alex und Nikola Sesserts nicht genannt, weil sie beide noch ein bisschen länger brauchen bezüglich ihrer Verletzungen. Also Alex mit seiner Rippenverletzung wird sicherlich definitiv noch diese Woche und auch wahrscheinlich nächste Woche ausfallen. Er drängt zurück. Er will morgen wieder auf den Trainingsplatz. Aber da müssen wir ihn ein bisschen bremsen mit seinen gebrochenen Rippen. Und bei Nikola Sesserts im Aufbautraining weiterhin nach seiner Knieverletzung am Anfang der Vorbereitung. Aber das wird leider auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, jetzt müssten wir sie alle rund haben. Olli, gleich nochmal. Klar, gerne. Darf ich nochmal eine Nachfrage stellen? Sie persönlich, wie gehen Sie jetzt mit diesem Druck, der jetzt ja doch aufgebaut worden ist von verschiedenen Seiten, wie gehen Sie damit um? Halten Sie den von der Mannschaft fern oder sagen Sie, okay Jungs, es wird noch eine Spur wichtiger, es wird noch eine Spur härter am Wochenende? Ja, ich glaube, seitdem ich hier angefangen habe, ist hier Druck auf dem Kessel und das gehörte, glaube ich, irgendwie zum Betzenberg auch mit dazu. Manchmal wünscht man sich, dass es ein bisschen weniger wäre, aber grundsätzlich auf Ihre Frage hinbezogen, auf die Aktualität, ist es eine Situation, die wir versuchen werden, von der Mannschaft insofern fernzuhalten, dass es sie nicht beeinflusst. Glaube aber, dass die Mannschaft damit umgehen kann. Es ist einfach aus meiner Sicht komplett unnötig, diesen Druck jetzt aufzubauen in der aktuellen Situation, gerade auch aufs rein Sportliche bezogen, denn was man dann so liest, nach dem ersten Spieltag irgendwo ein Trainer grundsätzlich, also gar nicht auf mich bezogen, aber ich sitze jetzt halt nur mal hier, einen Trainer nach dem ersten Spieltag in Frage zu stellen, wenn er saisonübergreifend, die letzten zehn Spiele hat er sechs gewonnen, in den letzten zehn Monaten war die Mannschaft mit dem Trainerteam die drittbeste der dritten Liga und das dann ja im Umfeld des Vereins einfach völlig unnötig in Frage zu stellen, wird, glaube ich, unserer Arbeit nicht gerecht. Es wird dem Verein auch nicht gerecht, weil ja alle handelnden Personen hier komplett hinter uns stehen und dementsprechend bringt es einfach nur wieder Unruhe rein und ist so ein Giftfall, den hier keiner braucht auf dem Betzenberg. Die nächste Frage kommt von Sebastian Zobel vom SWR. Ja, jetzt sind wir ja schon bei dem Thema. Ich dachte eigentlich, es dauert noch ein bisschen, aber Herr Schommas, wir sind es ja gewohnt, dass Sie die Dinge meistens sehr nüchtern und sachlich analysieren, aber nervt Sie das nicht total, dass Ihre Person jetzt von wem auch immer in Frage gestellt wird? Sie sagen zwar, Sie haben den Rückhalt, man hat es ja auch nochmal gelesen, auch vereinsintern, aber wie gehen Sie persönlich damit um? Da mein ganzes Trainerteam da hinten steht heute zum ersten Mal, nervt mich das natürlich total, aber da bleibe ich total ruhig. Und das Thema ist, ja, es gehört anscheinend zum Betzenberg dazu. Wir sind seit zehn Monaten hier und hier ist immer Druck drauf, haben wir ja angesprochen, und hier kommen immer Themen auf, wo wir seit zehn Monaten versuchen, alle gemeinsam eigentlich diesen Verein in die richtige Richtung zu bringen. Und ich kann es ja nur wieder auf meine Person oder auf den sportlichen Bereich nochmal erwähnen. Ich glaube, wenn man einfach die Fakten der letzten zehn Monate nimmt oder seit dem 15. Spieltag, dann sieht man eine klare Entwicklung, die sich auch in den Transfers widerspiegelt, die wir tätigen können, nur weil wir so sportlich auf dem richtigen Weg sind. Und wenn dann irgendjemand meint, mal wieder aus dem weiteren Umfeld oder näheren Umfeld des Vereins, warum auch immer, über meine Person zu sprechen, da kann ich auch nur mal zu sagen, es ist irgendwann mittlerweile echt suffisant für mich, welche Macht mir hier in dem Verein zugesprochen wird. Denn, ja, einfach mal ausgesprochen, ich habe weder die Macht oder besitze die Macht, dass ich ein Beiratsmitglied dazu zwingen kann, zurückzutreten, noch habe ich die rechtlichen Voraussetzungen in der Vergangenheit, Mitarbeiter freizustellen. Das kann ich auch nicht. Die einzige Aufgabe, die in meinem Anforderungsprofil steht, ist gemeinsam mit Boris Notson einen bestmöglichen Kader zusammenzustellen und diese Mannschaft zu entwickeln und zu trainieren. Und das ist das Einzige, worauf ich mich hundertprozentig konzentriere. Und wenn dann wieder irgendwo vermeintliche Äußerungen, muss man ja auch so sagen, vermeintliche Äußerungen tätig werden, dann helfen die uns allen nichts, dann helfen die auch dieser Mannschaft nichts in der aktuellen Phase, zwei Tage vor einem wichtigen Spiel in Türkgücü, München. Aber dann ist das halt der FCK, wo ich einfach hoffe, dass wir irgendwann mal die Kurve kriegen und hier uns auf das Wesentliche besinnen und zwar gemeinsam nach vorne zu gehen. Und aus meiner Sicht ist es sportlich der richtige Weg und auch drumherum im Verein sieht man ja, dass es in die richtige Richtung geht. Jetzt hat man ja, ich würde gerade noch eine Nachfrage stellen, wenn es okay ist. Anhand dessen, auf was Sie jetzt alles schon eingegangen sind, merkt man ja glaube ich auch, dass Sie schon auch auf jeden Fall intensiv verfolgen, was da so gesprochen oder geschrieben wird. Zum Vergleich, ich kann aus meiner Sicht zum Beispiel auch sagen, ich werde auch als Berichterstatter ganz oft erfragt, was ist da jetzt schon wieder los, was ist da schon wieder los. Und ich sage dann auch immer, ich würde gerne auch mal viel öfter und viel häufiger einfach nur über Fußball reden, anstatt über das alles drumherum. Ich gehe davon aus, Ihnen geht es auch so. Wie schwierig ist es denn, sich in Kaiserslautern wirklich mal nur auf den Fußball zu konzentrieren und nicht auf das Drumherum? Die Saison hat ja gerade erst angefangen. Ja, wie schwierig ist das? Es gehört mir zu dem Job dazu, aber natürlich, wie gesagt, würde ich mich gern zu 100 Prozent heute über das zweite Spiel oder den zweiten Spieltag unterhalten. Vielleicht noch soeben über ein unglücklich verlorenes Spiel gegen Dynamo Dresden und wir können auch noch mal über den Elfmeterschießen gegen Regensburg reden. Aber stattdessen reden wir hier 90 Prozent über, aus meiner Sicht, unnötige Giftpfeile, die hier einschlagen, die dem Verein nicht helfen, die der Mannschaft nicht helfen, die mir nicht helfen. Von daher wünsche ich es mir einfach, dass wir uns irgendwann wieder mehr über Fußball unterhalten können. Aber mein Weg wird sich deswegen nicht verändern. Ich werde mit dem Trainerteam zusammen zu 100 Prozent diese Mannschaft trainieren. Wir werden sie vorbereiten. Und ich kann es auch nur noch mal hier sagen, wenn man das alles so mit dieser vermeintlichen Berichterstattung verfolgt, was ich tatsächlich jetzt auch mal gemacht habe, weil es ja wieder meine Person betrifft, da muss man ja sagen, dass die Gremien anscheinend diese vermeintliche Aussage nicht mitgetragen haben. Und ich kann nur hier an der Stelle noch mal sagen, ich spüre den kompletten Rückhalt des Vereins. Und vor allen Dingen für mich zuständig ist nicht der Beirat, sondern im operativen Geschäft ist es der Geschäftsführer und der Sportdirektor. Wir sind in einem sehr, sehr engen Austausch, in einem konstruktiven. Wir diskutieren, wir reden kritisch. Ich kriege auch Sachen mal zu hören von denen, wo sie sagen, hey, reflektiere dich mal. Dann gehe ich hier runter, reflektiere mich, gehe in mich rein und dann ziehe ich daraus auch meine Lehren. Denn auch ich, ich bin nicht der perfekte Trainer und ich mache auch nicht alles richtig. Dementsprechend ist es wichtig, sich immer zu reflektieren. Das machen wir drei eigentlich mittlerweile in einem sehr engen Austausch. Und von daher spüre ich da die komplette Rückendeckung. Und dementsprechend bin ich mir auch sehr sicher, dass wir diesen erfolgreichen sportlichen Weg weitergehen werden und dann werden hoffentlich die Letzten verstummen. Die Letzten, die in diesem Umfeld, von diesem Verein rumgeistern. Gibt es noch weitere Fragen? Gerrit Schnabel von Betzebrennt. Herr Schommers, dann kommen wir doch mal zum Sportlichen am Wochenende. Mein Mann. Mein Mann. In wen spielen wir noch mal? Türkeici München zum ersten Mal. Deswegen meine Frage, was erwarten Sie von dem Gegner? Und dann noch eine Frage zu Elias Hu, der gestern verlängert hat. Wie ist Ihre Reaktion da und wie bewerten Sie ihn, seit er jetzt wieder hier beim FCK ist? Fange ich mit Elli an. Natürlich ein sehr, sehr positives weiteres Signal. Kann ich einfach nur anknüpfen, dass wir, kann man auch sagen, Elli war skeptisch, hat eine sehr gute Rolle gespielt in seiner Laie und kam zurück und war skeptisch, ob es hier so weitergeht. Und wir haben ihm den Weg aufgezeigt gemeinsam. Wir haben ihm auch die Wichtigkeit seiner Person dokumentiert, hier im sportlichen Bereich. Und dass so ein Spieler dann eben nach sechs Wochen, wo er hier ist, anscheinend für sich festgestellt hat, dass hier nicht alles falsch läuft, sondern vieles in die richtige Richtung. Und er dieses Signal einfach setzen möchte, hat uns sehr gefreut, dass er sich eben länger an den Verein gebunden hat und zeigt halt auch, wie die anderen Spieler, die wir verpflichten konnten, die ja auch Zweitliga-Angebote hatten, dass wir hier den Kader sicherlich qualitativ gut aufgestockt haben. Hatten bittere Abgänge. Aber ich glaube, dass wir hoffentlich dann noch in ein, zwei Positionen nachlegen und dann werden wir garantiert einen besseren Kader haben als in der vergangenen Saison im Gesamtpaket Kader. Und jetzt kommen wir wirklich mal auf den Gegner zu sprechen. Turgücü München hat im ersten Spieltag gegen die kleinen Bayern, in Anführungszeichen die kleinen Bayern, 2-2 gespielt und hat da einen guten Auftritt hingelegt, hat spielerische Akzente drin gehabt, hat ein gutes Gegenpressing gehabt. Vor allen Dingen waren sie Teile des Spiels, aus meiner Sicht sogar die bessere Mannschaft. Dementsprechend sind wir da sehr gewarnt und da kommt eine Mannschaft, die man sollte man vielleicht nicht als reinen Aufsteiger betrachten, sondern wenn man sieht, wie sie sich jetzt auch im Sommer verstärkt haben und wen sie da verpflichtet haben. Gerade in der Offensive mit Böhre, mit Sararea oder auch mit Sliskovic haben sie brutale Qualität in der Offensive, da müssen wir höllisch aufpassen. Gibt es weitere Fragen? Die gibt es. Desiree Krause vom SWR. Schönen guten Tag, Herr Schommers. Die letzten Spiele war es ja oft, wo Sie gerade die starke Offensive von den Münchern ansprechen, das Problem, die Tore selber zu machen. Was sind Ihre Ansatzpunkte, damit das am Sonntag besser funktioniert? Daumen drücken. Daumen drücken und ich werde mit meinem Sportdirektor reden, dass wir da noch ein bisschen Scorer-Points verpflichten müssen, denn da sind anscheinend doch ein paar viele Scorer-Points gegangen. Ja, auf Ihre Frage hin. Aus meiner Sicht, und das sehe ich einfach so, wir haben uns in den letzten Spielen, sowohl im Pokal, wo wir unglücklich ausscheiden, viele Torchancen erarbeitet, die wir nicht reingemacht haben. Und jetzt gegen Dynamo Dresden nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit aus meiner Sicht, hat dann in der zweiten Halbzeit nur noch eine Mannschaft dominiert, gerade weil sie auch in Unterzahl waren. Und da ist es halt, ich sage es nochmal, sehr, sehr schwierig, durch dieses Ballwerk dann durchzukommen, was Dresden da aufgebaut hat. Wir hatten in der zweiten Halbzeit unsere vier, fünf Chancen, davon müssen wir halt einen machen. Und da bringt es mir aber nichts und auch den jeweiligen Spielern nichts, wenn ich jetzt hergehen würde und Spieler X an die Wand nageln würde, nur weil er beispielsweise, der kann damit umgehen, Marvin Poiré gegen Regensburg, der hat, weiß ich nicht, aus dieser Situation 15 Meter offene Stellung ohne Gegnerdruck, ich glaube, im Aufstiegsjahr wahrscheinlich zehn Stück gemacht. Den macht er hier nicht, hilft mir nichts, wenn ich ihn an die Wand nagel. Ja, und von daher arbeiten wir im Training weiter. Wir versuchen ein paar Drucksituationen auch im Training zu schaffen für die Spieler. Die pumpen dann ab und zu mal gerne, ja, weil wir einfach sagen, ihr müsst, ihr müsst ja, euch noch mehr konzentrieren und ihr müsst ein Tor erzwingen. Und das wäre beispielsweise so eine Thematik gewesen gegen Dresden, wo wir nachher nochmal drüber gesprochen haben. Es ist brutal schwierig. Da stand die Viererkette von Dresden, stand im Sechzehner. Ja, Sebastian May und Knipping, 2,190 plus Innenverteidiger stehen da. Da muss der erstmal einen Zweikampf gegen gewinnen, wenn der Ball vor das Tor gehämmert wird. Nichtsdestotrotz erwarten wir und fordern einfach die Grelligkeit der Spieler, sich da reinzuschmeißen und nicht zu verzweifeln, denn sie haben unser Vertrauen. Und es wird auch wieder Spiele geben, glaube ich und hoffe ich, wo der Bus nicht im Sechzehner steht und vielleicht die Räume ein bisschen größer sind und dann wird der Knoten platzen und daran arbeiten wir weiter im Training. Und ich bin sogar guter Dinge, dass das übermorgen schon passieren wird. So, gibt es weitere Fragen? Oliver Sperrk von der Rhein-Pfalz. Immer dieses Aufstehen. Sie haben es angesprochen, diese Grelligkeit, wie Sie es nennen, ist ja aufgefallen, dass die Spieler wirklich wollen und probieren und tun und machen. Aber es halt irgendwie dann nicht klappt, so in den letzten fünf Metern, wie Sie es im Pokalspiel beziffert haben. Was kann man dann noch machen, um eben das noch zu fördern? Führen Sie Einzelgespräche verstärkt? Wie packen Sie die Jungs da an in Bezug auf diese Grelligkeit? Die Grelligkeit ist zu 100 Prozent da. Sie sprechen das kleine oder das Verbandspokalspiel an. Wenn Sie da sehen, in der ersten Halbzeit, da müssen acht Tore fallen. Ja, aber beispielsweise nach vier Minuten kommt eine Hereingabe. Elli Hood aus vier Metern kriegt den Fuß so eben hin. Der Torwart steht in der kurzen Ecke. Das Tor ist sechs Meter leer und er schießt den Torwart an den Kopf. Das macht er nicht absichtlich. Ja, und er steht da, wo er hingehört. Und er ist total grellig. Wenn Sie sehen, die dritte Chance, die er vergibt, da haut er mal auf den Boden. Das Einzige, was ich dann mache, ich nehme den Jungen in den Arm und sage, Elli, du machst hier alles richtig. Du läufst sehr gut an. Du arbeitest für die Mannschaft. Du erarbeitest dir Torchancen. Bleib ruhig. Hab Vertrauen in dich selber. Wir vertrauen dir zu 100 Prozent. Und der Knoten wird platzen. Und dann, wie es die Kollegin eben auch schon gesagt hat, muss man einfach auch da wirklich die Ruhe wahren, weil einfach auch mal sachlich auf die Reise mitgenommen. Die letzten drei Spiele, die wir veranstaltet haben, gegen Zweitligisten, gegen Zweitliga-Absteiger oder gegen einen Sechsligisten, stand die jeweilige Mannschaft mindestens 45 Minuten im eigenen Sechzehner oder um den eigenen Sechzehner. Jetzt will ich keine großen Vergleiche ziehen, aber gestern hat vielleicht irgendjemand Supercup-Finale gesehen, in der zweiten Halbzeit, wo der Gegner von Bayern stand und die haben auch kein Tor geschossen. Oder ein Abseits-Tor haben wir aber auch geschafft. Ja, also da muss man ruhig bleiben, den Jungs das Vertrauen schenken, gleichzeitig aber natürlich immer wieder ermahnen, im Training an sich zu arbeiten. Und dann sieht man aus meiner Sicht ja auch, dass sie wollen und sie werden Tore schießen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich glaube nicht, dass Türkgücü München zumindest nicht zum Anfang, das wäre despektierlich, da hinten sich nur hinten reinstellt. Und selbst wenn es sie tun würden, wovon ich nicht ausgehe, haben wir ja in den letzten drei Spielen hoffentlich genug gelernt und Lösungsmöglichkeiten mitgenommen, wie wir vielleicht dann trotzdem ein Tor schießen können. Gibt es noch weitere Fragen? Tatsächlich keine mehr? Alle zufrieden? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir der eine oder andere am Sonntag im Grünwalder Stadion wiedersehen. Die Medien dürfen zumindest anreißen. Dankeschön. Dankeschön. Und beim nächsten Mal reden wir wieder mehr über Fußball. Okay.